Chelsea will den Kielernen Trainer Jupp Hünkes von Bayern München hat einen möglichen Wechsel von Arturo Vidal in der Winterpause einer Absage erteilt. Der Kielerne wird angeblich vom englischen Meister FC Chelsea umworben. Chelsea-Trainer konnte Schwärmte in den höchsten Tönen von Vidal, der bei Bayern alles andere als unumstritten ist. Nun äußert sich Hünkes Trainer Jupp Hünkes von Bayern München hat einen möglichen Wechsel von Arturo Vidal zumindest in der Winterpause einer Absage erteilt. Der Kielerne wird vom englischen Meister FC Chelsea umworben. Hünkes betonte im Trainingslager der Münchner in Doha-Katar, es habe keinen Kontakt zwischen beiden Klubs gegeben, abgesehen davon werde der deutsche Rekordmeister weder Arturo Vidal noch einen anderen Spieler bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar abgeben. Chelsea soll allerdings auch Interesse an einer Verpflichtung zur neuen Saison bekundet haben. Trainer Antonio Conte ist auf der Suche nach einem Mittelfeldchef. Er sagte zuletzt, Arturo ist ein fantastischer Spieler, vor dem ich größten Respekt habe. Ich kenne ihn sehr gut, wir haben viele Jahre zusammen bei Juventus verbracht. Wenn ich in den Krieg ziehen müsste, würde ich immer Arturo an meiner Seite haben wollen. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt Nachrichten Agentur Sitzspieler Profil Vidal bei Transfermarkt.de